Kaputt zu machen. Wann kannst du das noch mal kaputt machen? Wenn, dann entziehen und sollte ich ins Setz. Beziehungsweise Kursionen. Ganz hier auf unserem Nacken. Sondergenehmig. Gestern ein mehr Sondergenehmig und riecht, da aufzumachen. Heute steht mit dir jetzt ein Witz auf und sagt, wenn ich zulasse. Es ist nicht normal in Deutschland. Es ist asozial. Machen uns alle kaputt. Machen uns einfach alle kaputt. Das Allernichtste. Das Allernichtste. Unser Staat soll sich was schämen. Bringen sie ihr in ihre Wichser in die Arsch rein. Das Allernichtste. Ich habe mich zum Heiligen Tag noch keinen Pfennig Unterstützung gerichtet. Nicht einen Pfennig. Für ihn schafft es 27 Leid. Gelenk und dem Geschäft. Was ist denn ihr? Es ist das Allerliebste mit euch. Ihr dreckiges. Egal was da, oder egal woher kommen. Machen uns alle kaputt. Machen wir es nicht kaputt. Machen wir es nicht kaputt. Der ist scheißegal. Das war es von mir. Wann euch in Wärme auch schon rennt. Das war draus. Dankeschön. Gäste.